Ja, moin moin Leute und willkommen zu einer weiteren Runde PUBG. Heute wieder große Truppen, große Gewinne oder große Schlachten. Wir werden sehen, was der Tag bringt. Wir werden sehen, ob Kurga sich wieder aufregt, ob Utwin ihm vorwirft, gecarryt zu werden und wie oft Bondogo bei Suizid-Aktion draufgeht. Bondage-Dogo. Ja, war fast perfekt. Vielleicht schneide ich es doch rein. Ja, mit dabei ist natürlich hier der Fista, der Bondage-Dogo, der Kurga, der Tobi, der Talor und der Utwin. Und der Utwin, jawohl. Alles gut. Alles blick an aus Funk und Fernsehen. Und wir spielen jetzt diesen Counter, ne? Genau. Ja, mach alles klar. Ja, Utwin kann erklären, dann schneide ich es sein, ist nicht rein. Okay, ja. Ganz kurz als Erklärung. Wunderbar, das ist immer schon mal zu dritt. Und wir spielen jetzt diesen Counter-Strike-Modus. Das finde ich immer nur gehört. Auf jeden Fall geht es darum, eine Bombe zu legen und zu verhindern, dass das andere Team eine Bombe legt, oder? Oder müssen beide die Bombe legen? Wie läuft das hier? Ne, ne, einer legt die Bombe, der andere muss sie entschärfen. Ah, okay. Also doch, ich glaube wirklich, wenn sie gelegt ist, dann hat die andere Gruppe noch Zeit, die zu entschärfen, quasi. Also einer hat die Bombe in der Tasche, das muss abgelegt werden und wir sind die Anti-Bombenleger. Und es gibt auch Respawns hier, oder wie läuft das? Tatsächlich, glaube ich nicht. Also es ist entweder den anderen Niederballern, oder... Ja, dann wird es wahrscheinlich immer auf Niederballern rauslaufen, glaube ich. Ja, tatsächlich, das kommt drauf an. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das ist mit dem Respawn, ich glaube... Nein, kein Respawn. Das sind einzelne Runden, wie Counter-Strike, du bist für die Runde dann tot in deiner nächsten Runde. Ich überlege gerade, was die Taste war, um zu kaufen. Das passiert automatisch gleich, das geht mit dem Bildschirm auf und dann... Ja, du konntest die aber auch öffnen, glaube ich, irgendwie. Taktik, gehen wir alle gleichzeitig, wir sind ja ein Angreifer-Team jetzt, ne? Wir müssen jetzt gucken, gehen wir zusammen, ne? Ja, ja, klar. Ja, würde ich sagen, wollen wir es wie die Russen machen, Rush-B-Blad? Attack! Ja, können wir machen, meinetwegen, ist mir egal. Wie nennt die Rush-B-Blad? Ach, ich habe schon eine Waffe, guck mal, einer schau. Warte mal, wie kann ich jetzt hier... Du bist automatisch, ich bin jetzt schon automatisch in den Shop reingehoben. Auf Komma kommt man in den Shop. Auf Komma? Auf Komma, komm, öffnest du den nochmal. Ich habe mir jetzt Leichtrüstung und Helm geholt. Dann lass B rushen. Lass A gehen. Oh mein Gott, mein, bist du so... Wollen wir uns aufteilen oder wollen wir komplett als Team gehen? Das wüsste ich auch noch nicht. Wir können aber zusammen zu B gehen und sollte... Genau. Wir können aber zusammen zu B gehen und wenn sie... Oh, alle hier, alle hier bei mir. Rush-B-A! Pitch! Ich habe schon einen getroffen, ey. Oh, shit. Ich habe keine erste Hilfe. Kurga ist noch da, Kurga ist noch hinter der Wand hier. Da ist er. Auf dem Tim ist er. Auf dem Fester. Jetzt rennt er weg, irgendwo hin. Nein! Ah! Nein! Gut gemacht. Okay. Einer ist downed. Ich habe einen gut gehittet. Vorsicht, hier ist einer. Boah, der hatte eine Schrotflinte, der Tobi, Alter. Aufpassen, wenn er eine Schrotflinte ist. Scheiße. Oh, Munition. Oh, fuck. Er ist downed. Ja, ich bin auch gedowned. Sauber. In der Halle, in der Halle, Kurga. In der Halle. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich bin auch safe. Oh, nice. Elegant. Oh, es ist immer wichtig, das erste Spiel zu gewinnen und für die Moral, sage ich jetzt mal. Ja, und um vor allem einen Cash zu haben. Ja. A oder B, was wollt ihr? Renn irgendwo hin, ich folge dir. Die ist sogar schallgedämpft, Lul. Nein, wollen wir nochmal B gucken gehen? Ich kann ja relativ weit gucken. Ah, warte mal, hier durch ist er. Ja, die sind alle hier. Mal wieder. Oh, nee, oder? Wir haben hier keine Deckung. Flashes sind heftig. Ah, okay. Ah, scheiße. Rechts hinter der Tür ist noch einer. Rechts hinter der Tür ist noch einer. Ich bin, ich bin genau hier, falls mich jemand wollen. Shit. Okay, die hat einen ekelhaften Rückschluss. Ich hau mich an. Ja, da sind sie wieder, da ist wieder Tobi, Alter. Da ist er wieder rausgesprungen gekommen, Alter. Ich hätte auch eine Granate. Ja, ich mach das, ich hab da jetzt auch noch eine. Uiuiuiui, in der Halle. Ja. Wenn Granate rauskommt. Oh. Der muss gewinnen, ist dann der Typ. Einer habe ich geföhnt. Achso, einer vom Rechtsbruch. In der Halle ist er, ist in der Halle. Mit der Thompson. Oh, Junge, Alter. Ich hab einen Lebenspunkt. Nein. Ich hab einen fucking Lebenspunkt, hatte ich gehabt, oder so. Okay, perfekt. Wir haben gewonnen. Ähm. Lass mit dir gehen, weil die sind garantiert wieder, das hat jetzt zu gut geklappt. Ja. Wir können mal versuchen, die zu flankieren, genau. Komm mal von hier, von hinten. Hol ich mir Verbände, oder was mache ich noch? Wir gehen einfach wieder zu B, oder? Ja, würde ich sagen. Klappt bisher erschreckend gut. Ich nehme mal so einen gefalteten Schild noch mit. Tö, lol. Wie kann ich den denn mitnehmen? Ach, hier muss ich so deployen, glaube ich. Ja, wie ein... Wie ein... Ja, wie ein Fahrrad. Naja. Oh, Rajbi, Blatt. Mal gucken, wie lange das gut geht, Alter. P90 Rajbi. Diesmal ist hier keiner lang gekommen. Ich habe jetzt hier so ein Schild aufgestellt. Ich sehe auch keinen von dem... Die kommen links, die kommen links, die sind links. Links in dem Gang ist einer. Ich gehe, ich gehe in die Halle. Ich schaff den Granaten da drüben hin. Warte mal, die können von hinten kommen. Oh, die sind von hinten, von hinten, von hinten. Die kommen von hinten. Halt, 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 halt. Lass sie in die Halle, lass in die Halle rein. Ja, die sind bei B, glaube ich. Ja, die sind bei B. Dann versuchst du mal ein bisschen abzulenken, da. Wir kommen jetzt von hinten. Da ist einer. Die schmeißen Granaten nach mir. Einer ist genockt. Einer ist gefinished. Ja. Manchmal muss man kreativ werden. Geblendet. Die haben die Bonn-Böl gelegt. Oh, shit. Ich weiß nicht von... Von wo? Ich habe es nicht gesehen. Wir müssen die Fusen, sonst verlieren wir. Wo ist denn der... Wo ist denn das Ding? Hinten mal rechts von, wo das der B-Punkt ist, wo B aufgezeichnet ist auf der Wand. Rechts davon weiter. Oh, die P90, alter. Hat Uthwin genockt? Doch, ist doch die P90, wie du da hast. Wo sind sie? Die kamen alle drei von hinten. Ja, Uthwin habe ich gerade weggemacht. Okay. Ah, fuck. Der kam hier. Gelb, äh, orange in der Markierung. Vor der Halle. Verteidig einfach. Camp einfach an der Bombe. Ja, ja. Ja, es ist nicht so einfach. Scheiße, ey. Bondogun natürlich. Ich disment. Ich bin nur am disment drin. Die bemerken mich nicht. Oh. Oh, das war knapp 0,1 Sekunden. Nice. Wo ist das Ding zum defusen? Wo ist die Bombe? Einfach hingehen. Es liegt hier, direkt vor uns. Der Tim ist um die... Hier, komm, komm, komm. Holst du, holst du, holst du, holst du. Die Fusen. Und los geht's. F und tschüss. Ich deck dich in meinen Scherper. Die sind auch alle draußen. Ja, ist nicht tot. Ja, dann passt das. Ich hab bei 0,1 Sekunden hat er mich niedergeschossen. Jetzt noch rumgefallen ist. You are the last one. Complete permission. Wo gehen wir jetzt hin? Noch mal zu B, oder was? Ja, mach. Nee, lass mal A. Lass mal A gehen, ja. Das ist halt. Dreimal, viermal hinterher zu B. Einfach nur so rein. Die Schrottgun und Granata. Mal gucken, was dabei rumkommt. Ja, rechts ist einer. Nicht vergessen, ihr könnt. Ich geh mit da. Die sind abgehauen. Die waren hier, sind abgehauen. Oh, Mitte einer. Aber der hat mich niedergeschossen. Halt durch. Hier in der Ecke. Wieso? Was hat denn der für eine Waffe? UMP5, genau wie ich. Aber ich bin zu sehr rübergestürzt. Ich hätte eher rüberbeugen müssen. Ich hätte gedacht, er ist eins weiter hinten. Ich geh trotzdem mal zu B. Einfach für den Überraschungseffekt. Oh, Achtung. Wo? Direkt vor mir. Links kommt auch einer. Links kommt auch einer. Ja, lass mal Koga folgen. Ja, geh zu mir und platzieren. Ich hab erstmal Talo niedergestreckt. Der hat hier geklemmt. Pass auf Koga, die kommen das safe alle von links. Ja, die sind da alle. Ich hab unten niedergestreckt. Ich bin gleich tot. Hab ich Healstuff? Ich hab Healstuff. Ich muss mir kurz healen. Mach das mal. Gib der Cover. Ja, bleib mal kurz bei mir hier bitte. Oh, hinter uns, hinter uns. Das ist geplantet. Das ist bei B geplantet, ne? Ja. Okay. Der kommt, der kommt. Nice. Haben die irgendwelche guten Waffen? Mal kurz abchecken. Ne, haben sie nicht. Lass du B, du hast gesagt. Ah, das war schon. B90 war ziemlich heftig. A oder B. Ich hab mir nochmal... Ihr wollt. Mit. Okay, machen wir nochmal, bitte. Direkt vor uns. Oh, Mann. B90. Okay, alles klar. Hey, das... Das Kill-Window ist einfach so kurz in dem Spiel, das mal. Wohin? Die Taktik hat eigentlich ganz gut geklappt. 2 zu A, 1 zu B. Okay, ich geh erstmal mit zu A. Dann geh ich B. Ich würd mal ein bisschen defensiver hier hinten bleiben. Ja, hier kannst du halt auch nur den Sniper gut verwenden, ne? Ja, das stimmt. Stimmt, das soll ich mir in der nächsten Runde mal holen. Ich sehe... Sie kommen, sie kommen hier. Das war gut, Win. Oh, 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 ich bin down. Oh, ich bin das auch down. Ein grünes Auto. Gucker. Schnapp ihn dir. Nice. Alter, die B90 ist so krass, ne? B90 ist wirklich ein Sane. Wozu nehme ich überhaupt noch Westen mit, eigentlich? Eigentlich könnte ich so viel Gäste nicht sparen. Oh, ich bin so schlecht, ey. Oh mein Gott, bin ich schlecht. Ich glaube, an den Team-Balancing müssen wir noch ein bisschen fallen. Die sind von allen drei Seiten gekommen, ey. Komm, lass mal wieder mal Rast-B gehen. Sniper-Camp mal B auf langer Sichtachse. Na, okay. Dann geh ich mal... Tim, lass mal durch die Mitte gehen. Okay. Ja, das hab ich gerade auch gemacht. Ja, das klingt gut. Das ist einer, einer geht B, zwei Mitte. Ich bin da ruhig gekillt. Also bei B ist alles ruhig. Hast Tobi schon niedergeschlagen? Nee, Talo kommt da jetzt. Am grünen Auto und sagt. Ja, ja, ja. Ich komm, ich komm, ich komm mal. Der muss da irgendwo sein. Aber nur nach halbes Leben. Ja, macht das, macht das. Ich bleib hier in der Mitte und warte ab. Ja, direkt bei mir ist jemand. Oh, ja, bei mir sind zwei. Bei mir ist einer. Alles klar. Okay, einer ist down. Das ist schon mal ein Anfang. Aber es ist jetzt einer gegen zwei, leider. Bei dem, was übrig ist. Ich glaube, wir müssen zusammenlaufen. Ich glaube, so aufgeteilt. Wenn da einer abgesnackt wird, dann haben wir keine Chance mehr. Der hat auf mich gewartet. Es ist nur noch Talo. Ich weiß nicht. Ich hole die P90. Das ist... Die P90 ist so krass. Ich habe Tobi gerade richtig böse in Headshot verpasst. Junge, Junge. Ich glaube, bei denen wird die Stimmung gerade ziemlich neutral sein. Eins müssen wir verteidigen. Nice. Ich gehe mal durch die Mitte. Okay, gut. Das klingt gut. Zwei nach außen und einer durch die Mitte. Das klingt eigentlich immer gut. Die kommen hier nicht. Die kommen hier nicht. Die kommen hier nicht? Nee. Die kommen Mitte oder A. Ich bin Mitte, da kamen sie jetzt noch nicht. Dann sind sie alle zwei. Stan, gehst du über deren Spawn mal? Da kannst du denen in den Rücken fallen. Da bleibe ich Mitte und Tim checkt mal A. Hey, sterbe ich jetzt, ey. Ja, sie sind hier, sie sind hier bei A. Alle? Okay. Let's go. Ja, einen habe ich jetzt gesehen. Okay. Nee, die haben geplant das bei A. Ja, sie sind alle hier, sie sind alle hier. Ich habe Utwin gegeben. Vorsicht. Ich gehe von hinten ran. Ich gehe von hinten ran. Wir müssen jetzt nur noch den Plant wegmachen. Ich gehe hin. Hier, hier ist er hinten ran. Ach, hier ist er. Stark. Gut, jetzt noch schnell die Friosen. Auf Ehre hebe ich dich hoch, Bruder. Danke. Übermitte kommt. Bombe steht. Fuck, ich bin geflasht. Alter, wie... Was ein Heim, ey. Ich bleibe dabei. Warum nehme ich überhaupt... Warum nehme ich überhaupt Schutz mit, wenn ich so... Weil ich sowieso fast One-Shot bin. Ich glaube, ich kann das echt sparen. Ich nehme gar keine Körperpanzerung mit. Toll, lieber bessere Waffen. War es so schnell down einfach jedes Mal. Ich glaube, die 30 Sekunden fangen wir nicht mehr. Du musst dich nur noch ein bisschen... Oh, shit. Wir sind alle Bumbe jetzt. Ja. Es ist dann wenigstens vorbei. Einen habe ich genockt, aber den anderen... Es ist dann wenigstens vorbei, wenn die jetzt dann sieben Punkte haben oder müssen wir wirklich alle zwölf Dinger spielen? Keine Ahnung. Weiß ich dann, wie gut das Ding ist. Okay. Ich, der Dolly, der am schlechtesten Snipen kann, holt sich einen Sniper. Das ist richtig gut. Sie kommen hier nicht. Sie kommen hier nicht. Geh doch rechts, denn ich gehe hinten über ihren Spawn. Roger. Sie sind bei mir. Jo. Ich komme. Nee, sie sind auch hier. Sie sind auch hier. Ja, ich komme. Ich laufe rum. Das war Tobi mit der UMP. Der wird jetzt kommen und mich finishen. Ja. Er hat mich gefinisht. Scheiße. Ja, scheiße. Er hat mich erwischt. Ich weiß nicht. Oh, das sind ja zwei hier. Das ist blöd gelaufen. Er hat nicht so gerechnet, dass er jetzt schon auf den Rückweg ist. Scheiße, sie werden mich jetzt bitte faken. Hauptsache, ich habe einen Schalli da drauf, Dinger. Nicht den finischen. Der will dich repaten. Ei, 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 ei. Wir haben geplantet. Ah, nein. Warum bist du denn rausgelaufen? Ich dachte, ich habe Udfin gedownt. Nee, ich habe den nicht gedownt. Okay, ich dachte, ich hätte den gedownt. Ja, stimmt, weil Talor gestorben ist. Ich habe auf Udfin geschossen und dann stand da neun Kills. Ich dachte, ich hätte Udfin niedergestreckt. Dabei ist Talor einfach nur gestorben. Ich sehe einen da hinten, ja. Einer ist hier bei B auf jeden Fall. Ja, hier ist auch einer. Ah, shit. Wo genau ist er bei dir? Über einen genockt. Lange, lange hinten. Einen habe ich genockt, ja? Ja. Zwei habe ich genockt. Kurga hat mich mit einer Kau gekriegt. Kurga ist bei euch, ja? Ja, der ist da drin. Kurga ist bei uns. Dann lege ich die Bombe, ich bin dann beschäftigt Kurga, dann lege ich die Bombe jetzt. Ja, der ist immer noch hier. Das gibt's nicht. Den wirst du nicht, der hat ne K. Der hat garantiert ne Optik drauf. Ja, ich habe auch einen Sniper, aber ich habe keine K. So. Ja, Bombe steht. Ist der Kurga immer noch bei euch? Ich habe ihn. Uiuiuiui. Knappes Ding. Dann rotiert durch die Mitte durch. Ist er denn tot? Ich glaube, das sind alle tot, oder? Ja, ja. Mach's schon. Nein, ich wollte die P90. Ich sag's ja, wer schmort schon Körperpanzer? Bei der K wäre ich E-One-Shot gewesen, wenn er mich getroffen hätte. Also ich gehe jetzt mal durch die Mitte und nehme ne Smoke mit. Ich komme mit. Nice. Ach, hier oben ist ja sogar ein Geländer. Guck mal an. Ist ja geil. Mal direkt gut schauen hier. Alle durch die Mitte. Okay. Ja, lass einfach mal. Ich guck mal. Ich bleib in der Mitte und ihr geht zu deren Base. Und dann gucken wir einfach mal, dass wir denen in den Rücken fallen. Okay. Kommst du mit, Bondo? Ich gehe rechts rum gerade. Auch Richtung A. In deren Base. Ach, hier. Bei A, bei A. Scheiße, Tal. Ja, bei A ist einer zumindest. Ich weiß nicht, wo die anderen sind. Talo hat mich geholt. Ich darf mich noch nicht auf den langen Kampf einlassen, wenn Kurga wieder ne Schnappe hat. Dafür bin ich jetzt da. Ich bin noch mal. Ja, mit einer K macht er das schon ganz gerne mal. Ich sehe keinen bei B. Kurga. Oh nein, von A. Shit. Fasten? Nee. Woden. Ah, ich werde gepusht. Ich werde gepusht von Dogen natürlich. Hier direkt von da drüben. Ja. Alle zwei bei mir. Fester hat mich getötet und Bondo ist auch da. Und wir müssen über Mitte hinten durchgelaufen sein. Und dann zu uns. Warte, du hast recht von dir was gehört. Die werden nicht jetzt von drei Seiten pushen. Das wird ein bisschen eklig. Nein, nur die Tür rechts von mir kann ich nicht gucken jetzt. Höre ich die, wenn die das defusen? Ja. Hier oben durchs Fenster. Hier oben durchs Fenster. Oben durchs Fenster. Ja. Jo, ist drin. Achtung. Geh rein. Geh rein. Er liegt direkt über den Gebot. Ah, stark, stark. Diffuse, diffuse. Oh Gott, hast du jetzt schnell. Du musst das schnell machen. Genau, sechs Sekunden brauchen wir uns. Ach so, geh ich das. Ja, geslayt. Ich dachte, das ging irgendwie 20 Sekunden. Nein, 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 nein. Sechs Sekunden brauchen wir uns. Oh. Also zu verteidigen ist halt wirklich deutlich. Ach, wir haben gewonnen. Okay. Ja, wir haben gewonnen. Alles klar. Kurga wurde gecarried in 3, 2, 1. Oh Junge. Aber du warst voll gut, Kurga. Ich hab die meisten Kills gemacht. Ja, ich würde mal sagen, wir balancen das am besten nochmal durch. Okay. Ich hab nicht gecheatet mit neuen Kills. Ich hab überhaupt nicht gecheatet. Ich hab einfach gut gespielt. Ja, daran merken wir, dass du gecheatet hast. Ja, okay. Versteh. Na ja, dann lass doch Tobi mit Bonnage-Dogo tauschen. Das werden wir planen, ja. Okay. Also jetzt zu A hast du gesagt, ne? Ja, ich würde sagen, wir rushen jetzt alle mal A. Let's go. Hast du die die Shotgun geholt, die kleine? Ja. Nice. Damit hab ich irgendjemand von euch niedergesenzt. Da sind wir auch die ganze Zeit B gerusht. Also ich würde mich nicht wundern, wenn die Jungs gleich auf B kommen. Hm. Hm. Nö. Kein Rush B. Ja, vielleicht auch warten sie das genau von dir. Dann lass mal durchgehen und von hinten zu A. Ich bin nicht versteckt hier. Ich hab hier den Bereich im Blick. Ist geplantet. Nice. Ich geh fort, Tobi. Jo. Ich muss hier irgendwo, ich kann nicht so weit vorgehen. Ich bleib hier, ich bleib hier bei der Treppe. Also hintenrum hätte ich sie abgesichert. Gut, okay. Dann ich hab Mitte abgesichert. Und ich guck mir den Bombending an, das Bombendingens. Wenn da jemand kommt, dann sprint ich auf den Los und schieße nieder. Sehr gut. Die kommen von hinten, von da. Oh ja, ich seh sie. Oh ja, die kommen alle von da. Shit. Ich werd nur durchbangen. Oh, die haben mich niedergeschossen. Komm zu mir, Brugger. Ich ruf dich hoch. Okay, ich versuch's, ich versuch's. Oh, stand, stand, stand. Scheiße. Oh, das haben sie echt gut gemacht. Lass uns mal aufteilen. Einer geht Mitte, einer geht Seite. Ich geh mit dir rechts mit, auf jeden Fall. Ganz hinten lang. Ja, lass uns mal aufteilen. Wir müssen relativ weit vorne sein. Hab einen umgeblasen. Der zweite ist noch hinterm Auto. Das war der zweite. Ja, komm. Ja. Kann doch gleich Praktikum als Streamer machen. Alle drei. Ich bin schon am gefusen. Alle drei. Naja, ich bin e-sports ready. Kapti nicht, aber ich bin e-sports ready. Ich muss dich übrigens enttäuschen. Eine hab ich dir ab weggenommen. Ob ich bitte nicht wählchen. Du weißt, was man sagt. K.S. gleich kill secure. Am besten ist wahrscheinlich blenden und sich dann irgendwie so zu verstecken, dass die da hinlaufen und das holen, oder? Ja, genau. Wenn die jetzt nicht bei B waren. Ja, ihr zwei geht zu B. Ich geh Mitte. Ja, dann geh ich A. Ihr seid jetzt leider weggelaufen. Es wird mir leid. Ich hab nicht aufgepasst. Einer geht zu A. Einer geht zu A. Ah, zwei Mitte, zwei Mitte. Boah. Insane gute... Ah, boah. Ah, Mann, ey. Uthwin ist hier, Uthwin ist hier. Seid ihr schon tot, oder? Ja, ich bin tot. Uthwin ist Mitte. Der hilft Katano hoch. Ich renne weg. Von Dogo hab ich ausgelockt. Ja, die kommen jetzt von der Mitte. Tobi, Vorsicht. Ja, ja, ist in Ordnung. Ich stell mich hier. Ich bleib nicht mehr. Du meinst, der Doppel schafft das schon. Das ist Dario, ich schaff das schon. Oh, Mitte ist einer. Äh, auf B ist auch einer. Oh Gott, das ist noch Singlefeuer. Hast du ne? Nein. Äh, jetzt hab ich ne. Ich hol dich. Kannst du mich? Oh, shit. Scheiße, Fist hat mich geholt. Jetzt die Frage, haben die ja da drüben geplant? Die haben da geplantet. Nee, bei B haben sie nicht geplantet. Sicher? B ist nicht geplantet, aber Fistler läuft grad auf B. Oh, sag mal, ich komm hier die Treppe nicht hoch. Ich plante hier schon mal. Tobi hat schon, Tobi hat schon. Achso, perfekt. Dann geh ich hinten rum. Kannst du doch mal planten? Das geht nicht, oder? Nee, kann ich nicht. Hab ich versucht. Ich hab's versucht. Geht nicht. Höre ich, wenn ihr das defusen? Ja, ich glaub schon. Nur wenn ich nah dran stehe, oder? Ich glaub schon, ne? Ich komm jetzt von hinten. Jo. Von rechts höre ich Schritte. Nice. Er kommt jetzt, er kommt jetzt. Nice. Sehr gut. Nice. Also ist sie bei A wahrscheinlich, die Bombe? A. Hört man doch. Ja. Komm mal hier rein. Das stimmt, das kommt wirklich aus der Richtung. Die werden sich da bestimmt irgendwo verschanzt haben. Ich seh ihn nicht, ich seh die Bombe, aber ich seh die... Hinter mir, hinter mir, hinter mir, hinter mir. Unter dem Haus. Das ist safe Tobi. Safe ist das Tobi. Ja, von der anderen Seite auch. Shit. Ich glaub, wir bleiben vielleicht noch besser zusammen. Ich glaub, das Aufteil ist noch schlecht. Wenn Zweier auf einen gehen, der gerade solo läuft, ist das halt dann schon Luftgerne entschieden. Ja, einer mindestens. Oh, Zweier. Da ist noch einer rechts. Von... Oh, das Ding... Ich vergesse, mich umzuschalten. Mark, cool, das ist... Ich weiß auch nicht, warum... Von rechts zum Gang. Ja, ich muss nachladen. Ich hab vergessen. Bei mir ist noch Fista, pass auf. Blaue Markierung. Habe jemanden nocken können, bis jetzt? Nein. Boah, Digga. Steckt, ne? Patne. Also, bei mir ist auf jeden Fall einer bei B. So gut wie am planten. Ich plante. Ich komm von Mitte zu B. Rufen es da uns. Ist geplantet. Ah, da ist das. Die sind zu dritt hier. Die sind zu dritt. Da hinten ist einer. Ich hab wieder geplantet. Ja, ist gut. Sauber, 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 sauber. Ich hab die Granate geworfen, da muss der herauskommen einfach. Ich kenne wirklich wieder. Ja. So, jetzt. Achtung, einer ist da links hinter den blauen Schuppen. Ja, blauen Markierung links. Ist safe, wieder Fista. Die haben wahrscheinlich, ja, die haben wahrscheinlich bei A. Das bedeutet aber, die sind hier in Unterzahl. So. Wir können das gerne wieder so machen. Das hat bis jetzt gut, aber wobei, nee, ich geh mal mit zu Tobi diesmal. Wie du alleine zu B, ich geh diesmal mit zu A. Okay, okay. Dann soll ich planten oder willst du? Ja, ja, plante du. Plante du. Tim soll versuchen dort abzulenken einfach nur. Ich versteck mich immer an diesem Zeitungsstand da vorne. Ja, ja, ist richtig. Ja, das hab ich gesehen. Guck mal, oh, der hat mich schon erwartet hier. Ja, ich bin gut gehittet. Ich kann hier wenig machen, ich kann den nur binden. Das ist gut. Es gibt so, drei, zwei, eins. Bist du an meinem Zeitungsstand? Nee, bist du nicht, ne? Nee, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Nee, dann geh woanders hin. Ja, ich komm zu euch, ich komm zu euch im Helfer-Tiding. Ist geplant. Ich hätte hier aufgehalten jetzt auf jeden Fall. Ist gut. Ich chill hier, ich warte hier. Ja. Komm jetzt, spring doch da drüb. Ja, die kämpfen da am Sack. Da ist wirklich eine Zeit mehr. Ja. Kommst du rüber? Der ist direkt da beim... Nein! Ich hab verzogen. Oh nein, wir schaffen es nicht mehr rechtzeitig zu defusen. Ja. Ah, scheiße. Tobi, hast du den Durchgang im Blick? Ist irgendwie... Nee. Als ob er das wusste, dass ich hier komm... Oh, hier sind beide hier. Mitte, oder was? Wir sind beide jetzt in der Mitte, ja. Und die können sich jetzt hier durch die P90 mitnehmen. Scheiße. 20 Sekunden, die müssen jetzt kommen. 13 Sekunden müsst ihr nur noch halten. Danach können sie nicht mehr schnell genug entschärfen. Ich höre Schritte von rechts. Aber... Hinter dir? Ja, ich hab mich verniedelt. Oh, scheiße. Ich saue mich auch. Aber gut, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Gut. Gut, 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 gut. Stark. Er wusste, wo ich bin. Jetzt haben wir alle P90, oder was? Nee, ich nicht. Ich hab nur die M4-60. Also ich muss sagen, der Modus hat schon seinen Reiz. Es nicht. Ein, zwei Runden ist ja ganz nice, aber dann... Ja, stimmt doch. Macht ihr? Dann setze ich mich wieder hinter meinen Zeitungsstand. Ja. Ich kann die gerne planten, wenn der mir Deckung gibt. Ich check mit der. Nein, dann guck. Ah, die ist nicht hier, die ist nicht hier. Oh, Talos, er steht direkt hier. Einer ist genockt. Oh, hinter mir. Oh, 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 oh. Scheiße. Oh nein. Nein, was hat die nicht geplant? Was war das denn? Beide sind hier. Beide sind hier. Irgendwas hat nicht, irgendwas hat nicht funktioniert. Ich konnte nicht planten, nee. Shit. Nee, niemand hier. Wir gehen auf A. Vorsicht. Bin tot, aber einer ist gedownt. Alle drei bei A. Bin gleich da, bin ich nicht da. Einer plant gerade beim Blauen, einer... ...da, dahinter. Einer plant jetzt gerade. Oh, richtig weg, ihr Head-Arts. Okay. Holt euch die Waffen von den Jungs. Oh, jetzt habe ich die Nate komplett insonsten. Jetzt habe ich die Nate verschwendet, egal. Ich war mit meiner UMP. Sie funktioniert noch nicht gegen zwei Leute gleichzeitig. Rush wieder über Mitte. Ich komme auch Mitte. Es wäre cool, wenn eine mit zwei Läufen... Ah, nee, ich muss halt nachladen, das war mein Problem. Ja. Einer ist wieder hier. Poga ist weg. Was heißt weg? Tot. Gennockt. Achso. Blau Markierung, da ist er down gegangen. B. B. Okay. Vielleicht geht die beide mal zu B. Tobi, geh mal mit. Okay. Oder Tobi, geh du mal Mitte vielleicht, dann kannst du schnell zu mir. Hm? Ja, ich weiß, ich habe kein Geld. Achso. Was soll ich machen? Pistenen musst du... Zum Geld verdienen an den Männer. Hier ist keiner. Ja. Ja, die sind bei mir. Talor ist zumindest bei mir. Ich gehe dir gerade geblänte. Ich habe mich wieder von hinten gepusht. Irgendeiner kommt wieder von hinten. Glaube ich. Das ist so G-Set. Hehe. Hast du den auch gefinished oder ist der noch gedownt? Der ist gedownt. Okay. Gut, okay. Das hat jetzt auch seine Vorteile, weil vielleicht konzentrieren sie sich drauf, den irgendwie... Ich bleib Granate rein? Mhm. Oh, Tobi kämpft wieder direkt an der Tür. Ja, die gleiche Stelle... Ich hätte eigentlich die Nade rein... Ich hätte nicht meine Nade reinwerfen sollen eigentlich. Die direkt links neben dir ist. Gibt ja nur die zwei Diakarten. Granate? Passiert nichts. Alles gut. Ich habe auch einen erwischt, der bei dir links von dir rein wollte. Ja, die sind alle tot. Was sind alles tot? Nice, okay. Stark. Ja, dann... Alle gehen wir zu B, oder was? Was alle zu B, ja. Ja, so. Achtung! Zwei Stück, beim blauen Markierung. Alle drei sind da. Ach! Eisser. Ich versuch dich zu... Scheiße, Rottsteiner! Ah, shit! Okay, ich habe Fister ausgenockt. Ah, nein! Ah, Mist! Kann der mal sterben. Vorsicht, pusht. Oh, nice. Du hast noch sechs Schuss, na? Scheiße. Ja, ja, habe ich auch gerade gemerkt. Vorsicht, Kogas hier. Nein! Keine Modi mehr, ey. So ein Scheiß. Nee, nur die eine. Da kommt einer. Ja, die kommen alle B. Ich gehe hin, der will den hochheben. Ich gebe dir Flash-Deckung. Smoke-Deckung. Nein, der hat mich... Ah! Ihr müsst kommen, ihr müsst pushen, pushen, pushen. Pushen, pushen. Der eine ist rechts hinter den Kissen, der andere ist links hinter der Ecke. Der eine ist gelockt. Scheiße, ich kriege es nicht in dem Headshot zu geben. Rechts, 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 rechts! Eieiei. Okay, jetzt sind wir noch hier. Wir sind hinter dieser Kiste, ja. Nice! Machen wir es nochmal so. Wollen wir A versuchen? Versuchen wir nochmal A, ja. Ja, uns einfach auf A ein bisschen verteilen. Okay, plant einfach mal. Also ich würde wieder B gehen. Hat Spaß gemacht. Ja, wenn die halt da auch hingehen, ne? Nimm jetzt die K, Alter. So. Alter, stell dich so eine Runde mal wirklich mal im 6 gegen 6 vor. Das wäre wirklich echt crazy. Ja, ich weiß nicht. Aber vielleicht, ja. Ich habe eine Smoke im Zweifel dabei. Ich werfe da mal präventiv ne K, Alter. Nein, 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 hier kommt keiner, hier kommt keiner. Zu spät habe ich trotzdem einen Smut. Oh, okay. Gehen wir weg jetzt, oder? Na, ich gehe zu deren Spawn und dann verkehre ich die von hinten. Lass uns hier durch die Mitte gehen. Dann gehe ich zu A, für den klassischen Weg. Oh, das wäre natürlich gut, wenn ich beim... Ich bin jetzt gleich hinter, hinten bei A, von deren Spawn aus. Ich bin bei A von der Seite. Ich sehe keinen. Da, einer ist da auf jeden Fall. Boah, das gibt's nicht, ey. Talo hat mich hier gestreckt, fuck. Kann ich hier schon planten? Nein, kann ich nicht. Hier vorne. Ich muss hier planten. Spiel nicht so offensiv, versteckt euch irgendwo asozial, richtig schön in der Ecke. Versteckt ihr am besten, wie wir denn beim Kiosk Talo? Das ist keine schlechte Idee, das ist nur... Nee, die Komponien in einer Komponien. Pista ist down. Ah, okay. Kohlger ist auch down, aber ich bin fast tot. Der hat eine Rauchbahnat. Er wird von hinten beschossen irgendwo, von irgendeinem Sniper. Ja, ich sehe ihn. Gelbe Markierung. K mit Schalldämpfer, glaube ich, ja. Wünschen mir Glück. Nice. Boah, Tobi weggeholt. Will jemand die K haben? Nö. Will ich nehmen, aber ich weiß gar nicht, ob ich genug Zeit habe. Rosy? Nein. Ich hab sie aufgeholt, jetzt kann ich sie ja droppen. Pass, pass, du fang, nimm Dose. Der hat jemanden Helm getroppt, den nehme ich. Äh, okay. Ich bin jetzt für B. Ja, lass mal B. Ich bin gut. Ich gehe, ich gehe mal seitlich ran über dem Wetter. Die Karten, Rotpunkt, wie sehr interessant. Achtung! Mitte. Boah. Was hat der mich getroffen? Ah. Nein! Ich glaube, Rotpunktvisier ist eine schlechte Idee für eine K. Ist das einfach falsch übernommen worden, oder was war das? Wie sind die so schnell da hingekommen? Weil eure Westen laden sich nicht wieder auf, ne? Ja, ja. Helm und Westen bleiben beschädigt. Das ist keiner hier, ich sehe keinen. Keiner mit, du? Ne. Dann gehe ich jetzt B. Von hinten, von denen. Ich bin B, von denen auch. Gut, gut. Vorsicht, ich habe eine Granate in der Hand und warte. Dann müssen wir zu A. Keiner bei B? Hier ist keiner. Okay, okay. Ja, dann zu A. Ja, lass von hinten kommen, genau Tim. Ich werfe dann Granate direkt. Da ist er, da ist er. Boah, die haben... Boah, ich habe ihn ausgenockt. Aber die haben irgendeine krasse Waffe. Ah, der ist rechts um die Ecke, direkt rechts um die Ecke. Mhm, mhm. Ah, scheiße. Und wenn es dann in der P90. Einer ist genockt. Boah, das bist du? Ne, das bist du nicht. Oh, shit. Ist die so stark, die P90? Schauen wir mal. Die P90 ist schon nice. A, B. Wollen wir wieder A laufen? Liegt doch gerade gut. Ja, komm. Aber wahrscheinlich sind sie jetzt auch wieder bei A, weil wir immer gerade schön abwechseln. Sehen niemanden bei A? Ne. Plant einfach mal. Blended. Bin wieder nach hinten. Der kommt von hinten. Zwei von hinten. Bin sofort tot. Granate auf mich. Ja. Och, ich habe Piste ausgenockt. Boah, Alter. Okay, die P90 ist echt krass. Ja, du verstehst, was ich... Ah, Digga, wieso fehl ich denn so heute beim Aim? Dein, ah... Achtung, Ponenten, Kopf hoch. Oh mein Gott, war es knapp. Ui. Nice. Sehr schön. Okay, jetzt mal bessere Rüstung und das könnte mir da hin und sich lustig werden. Ja, der Uthwin ist eSports ready. Was ist los? Äh, so, das sind die Pfange, aber warten. Das heißt, ich habe mir wirklich Möglichkeiten, ein paar Sachen mitzunehmen. Wollen wir wieder B oder äh, wollen wir wieder A? Ja, klingt gut. Wir werden das bewahren und so. Mal gucken. Wenn wir hier chillen, dann laufen wir einfach auf B. Wenn wir immer noch wechseln. Ich sehe keinen wieder. Ich glaube, die rennen jetzt um die Mitte und gehen dann irgendwo hin, wo es geplant ist. Ja, Achtung, bei mir ist hier einer. Von hinten, shit! Von unserem Spawn her, der hat uns komplett umrandet. Und hier ist auch noch einer. Achtung von hinten. Ja, gesehen. Und hier rechts, rechts, hinter dir, hinter dir! Na, nee. Digga! Lass die Runde mal bitte gewinnen, ich muss dringend auf Toilette. Okay, Daddy. Aber dann kommen wir gleich erst einmal schon mal in die Lobby rein, damit wir schon mal starten können. Ja, ja, das ist richtig. In der Mitte ist keiner. Die gehen garantiert wieder zu A. Ja, B ist auch keiner. Ja, das ist ein B.A. Stan ist bei A. Hallo, hast du ausgenockt? Wo ist der, der ist denn? Bei A. Bei A. Ja, wo? Ja, weiß ich nicht. Hier war einer. Hier war einer. Ja, da ist er, da ist er. Ich hab bei Blau markiert, ist er. Ah, ich seh sie, ja, ja. Ich hab halt kein Leben mehr, ey. Und den Schluck ist tot. Ich hab gut bin gekillt von hinten, er hatte keine Chance. Der Kleine hatte keine Chance. Und was hältst du von der P90? Die P90 ist geil, muss ich sagen. Die P90 ist echt gut, ja. Aber das war jetzt schon ein bisschen ausgeglichener. Ja. Ja.